Die Japsenbomben uns hier gerade in die verdammte Airbase unterm Arsch weg, ihr Vollidioten! Hallo, hören Sie mich? Typhoon 1, sind Sie getroffen worden? Nein, Tower, aber Sie haben nicht over gesagt. Und da dachten wir, es kommt vielleicht noch was. Over. Am 7. Dezember 1941 erleben die USA eine der größten Niederlagen ihrer Militärgeschichte. Völlig überraschend greifen die japanischen Streitkräfte in den frühen Morgenstunden den amerikanischen Militärstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an und zeigen den Amis, dass sich das zweitägige Aufbauseminar Kamikaze-Bombing für Fortgeschrittene durchaus gelohnt hat. Die Amerikaner reagieren darauf, naja, wie Amerikaner halt. Einen wunderschönen guten Morgen mit... Wunderschönen guten Morgen, Frank. Gut geschlafen. Wie eine Prinzessin. Ist ja schon mächtig was los da draußen, oder? Unterkalt-Prank. So, dann wollen wir mal. Also, System-Check. Aircondition. Check. System-Check. Scheibenmischer. Check. Tower and Flying Fortress. Typhoon 1, bitte kommen. Ihr Typhoon 1, was können wir für Sie tun, Tower? Over. Was Sie für mich tun können? Warum zum Teufel starten Sie nicht? Gibt es ein Problem? Nein, Tower. Kein Problem bekannt. Aber wir sind erst auf Punkt 2 der Checkliste. Over. Die Checkliste? Überspringen Sie die verdammte Checkliste und starren Sie sofort. Die Japsenbomben uns hier gerade in die verdammte Airbase unterm Arsch weg, ihr Vollidioten. Hallo? Hören Sie mich? Typhoon 1? Sind Sie getroffen worden? Nighttower, aber Sie haben nicht over gesagt. Und da dachten wir, es kommt vielleicht noch was. Over. Wollen Sie mich verarschen? Bringen Sie Ihre verdammte Kiste in die Luft. Over. Bei allem Respekt, Sir. Aber die Checkliste ist Pflicht. Und wir sehen nicht so ganz ein, warum wir jetzt hier schlampig werden sollen, nur weil wir so ein bisschen unter Beschuss geraten. Gerade dann ist ein Sicherheits-Check doch wichtig. Es heißt ja nicht umsonst Sicherheits-Check, weil es um unsere Sicherheit geht. Eben, wenn wir unsere Sorgfalts-Pflicht heute über Bord werfen, aber morgen direkt kapituliert. Meine Meinung. Over. Ich werde Sie... Tauer, bitte kommen. Wie kann es sein, dass da gerade ein Japaner in den Tower gedonnert ist? Sieht fast so aus, Frank. Da hat wohl einer keinen Sicherheits-Check gemacht, was? Herr Erich, kommt genug geflaxt. Weiter geht's. Systemcheck. Reifen drücken vorne.